ja sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen zu einem weiteren video tipps und tricks und in diesem video möchten wir eigentlich nicht richtig was zeigen zur bedienung der software sondern in diesem video möchten wir sie unterstützen falls sie sich mal die fußbodenheizung genauer anschauen möchten und da eventuell nachrechnen möchten und das führt bei uns oft zu vielen rückfragen weil es doch etwas komplizierter ist als man am anfang meint und ich rufe oder ich zoome mir mal hier eine einen raum rauf das ist dieses büro 004 und das wollen wir jetzt mal untersuchen das habe ich in die heizlast berechnung geführt darunter liegt ein kellerraum mit 15 grad und darüber ist es auch irgendwie ist auch in einem büro und wir wollen uns mal anschauen was die nova hier in der fußbodenheizung ausrechnet schauen wir uns also dieses büro an und die nova macht als erstes folgendes was man wissen muss und das ist sowohl ganz wichtig wenn man einen einzelnen raum betrachten will wie auch was häufiger bei unseren kunden der fall ist wenn man die leistung eines fußbodenheizungs verteilers betrachten will und hier wird eben nicht die norm wärmebedarf oder der norm wärmebedarf herangezogen sondern von dem norm wärmebedarf werden die transmissions wärmeverluste abgezogen die nach unten gerichtet sind die ziehen wir also ab und haben dann hier für die flächenheizung ein korrigierte auslegungs wärmeleistung das ist der erste punkt den man wissen muss das auch ganz wichtig hier ist es ja noch sehr moderat mit den 38 watt aber wenn ich zb eine erdreich berührung habe oder sowas dann wird das schon deutlich mehr und deshalb es wird mit einer korrigierten heizleistung gerechnet hat auch eine gewisse logik der fußboden wird ja beheizt der verliert mal sicherlich nicht diesen wert an transmissions wärme der hier aus der hals berechnung kommt was der verliert sehen wir später noch da ist also dann noch mal korrektur zu rechnen also wir gehen mit den 498 in die berechnung hinein und das zweite was ist natürlich wichtig ist sind die vor rücklauftemperaturen vorlauftemperatur geben wir dem system vor hier sind es 40 grad celsius es kommt aus unserem system hier 40 grad und die spreizung also mit welcher rücklauftemperatur komme ich dann raus kann in zweierlei arten ermittelt werden das eine ist was wir für deutschland machen wir geben einen eine minimale eine maximale spreizung vor dann ist die spreizung noch durch die in temperatur des raumes begrenzt und gehen mit diesen werten in eine optimierung und rechnen dann nach der tatsächlichen heizleistung die wir brauchen die spreizung korrektur alternativ könnte man hier die optimierung aus rausnehmen das ist zum teil in der schweiz üblich dann würde mit der fixen spreizung gearbeitet und dann habe ich eine gewisse überleistung in dem raum was wir in deutschland eigentlich nicht machen ich werde jetzt den fall durchgehen wir lassen optimieren und das führt dazu wenn wir hier mal in die teilung hinein schauen dass dann eben eine spezifische spreizung hier herangezogen wird dann wird hier entsprechend ein verlegeabstand ausgewählt und darüber wird dann gerechnet ganz genau sind sie 18,8 das ist die temperaturspreizung die ich hier an dem heizkreis bekomme und ja jetzt haben wir eigentlich alle daten die wir brauchen und ich gehe mal hier eine kleine excel tabelle die ich mir vorbereitet habe ich habe also mein c vom wasser ich mache es noch mit den wattstunden sonst könnte man auch die joule umrechnen aber wattstunden ich nehme die vorlauftemperatur ich nehme die spreizung die uns die nova angegeben hat ich nehme meine rücklauftemperatur die errechnet sich dann und ich habe hier dann eine leistung von 498 das ist die korrigierte und ich komme dann auf 22,8 kilogramm pro stunde mit der bekannten formel für den massenstrom und wenn wir jetzt in die nova zurück schauen dann sehen wir dass das nicht übereinstimmt die nova hat einen deutlich höheren massenstrom und dafür gibt es im wesentlichen zwei gründe der erste grund ist in dieser berechnung ist noch eine anbindeleitung enthalten ich habe diese heizkreis noch nicht an einen heizkörper an einen fußboden heizungs verteiler angeschlossen aber aus den system vorschlägen kommen wir hier schon mit einer anbinde länge mit einer vorschlags anbinde länge von fünf metern und die wird dann natürlich korrektur gerechnet die kommt ja dem raum und da mit diesem 498 watt gar nicht zugute hat aber selber auch einen wärmeverlust und deshalb findet dort eine korrektur rechnung statt deshalb nehme ich als erstes diese anbinde länge raus und man sieht dann hier schon dass der massenstrom etwas geringer wird trotzdem das passt ja immer noch nicht nicht vor nicht hinten ich zeichne mal kurz das ergebnis was ich ausgerechnet habe ich habe hier einen massenstrom von 22,8 ja und das hat einen guten grund das ist nämlich der verlust den mein fußboden heizkreis nach unten verliert ich habe nach unten also in das in den raum darunter eine gewisse ein gewissen wärmeverlust der wird nicht hart berechnet sondern der wird hier über ein korrekturfaktor und dieser korrekturfaktor ist der faktor für den massenstrom im heizmittel des lastfalls und der berücksichtigt mir eine erhöhung des massenstroms damit ein der wärmeverlust zu dem angrenzenden raum darunter mit den 15 grad celsius berücksichtigt wird wichtig ist ich muss diese temperatur hier angeben und dann wird dieser massenstrom korrekturfaktor errechnet es spielt die dämmung da noch mit rein und ganz wichtig es spielt auch die teilungseinheit rein jetzt schauen wir uns das an ich habe dafür noch eine in der excel tabelle hier mal zwei bildchen noch dazu gefügt damit man so ein bisschen sieht was spielt damit oder wie kann man sich dem nähern ich habe hier eine vorlauftemperatur von 40 grad celsius und ich habe eine rücklauftemperatur von 21,1 und die temperatur die dann im mittel diesem heizkreis zugrunde liegt also wenn ich hier dann eben genau die die mittlere temperatur ermittel aufgrund dieser spreizung komme ich auf 30,6 aber wenn ich jetzt diese 30,6 hier einfach eingebe als angrenzende temperatur komme ich nicht auf eine eliminierung dieses dieses korrekturfaktors jetzt ist mein massenstrom zu klein offensichtlich ist die temperatur hier zu groß zu hoch weil jetzt dieser korrekturfaktor unter 1 rutscht der massenstrom ist kleiner als von mir in der excel tabelle berechnet und das liegt einfach an dem verleger abstand hier im bereich meines rohres selber ich habe jetzt hier mal so schematisch so einen querschnitt von diesem fußboden aufbau eingezeichnet hier im bereich dieses verleger abstands von 40 kann man schon gut mit dem auge sehen wie klein eigentlich hier der bereich des rohres ist das rohr ist ja nur 20 im durchmesser und wie groß der bereich ist wo kein rohr liegt demzufolge habe ich hier nicht die mittlere temperatur von 30 grad in diesem bereich sondern es wird dort über einen korrektur wert von einer mittelung mittelung ausgegangen es geht wärme nach oben verloren nach unten deshalb bildet sich hier nicht eine temperatur im mittel 30,6 sondern deutlich geringer in der nova kann ich das jetzt mal etwas noch mehr näher betrachten wenn ich den verleger abstand hier deutlich reduziere werde ich sehen dass ich mit diesem eingegebenen wert von 30,6 jetzt gleich hier an diesem faktor an diesem korrektur faktor mich der 1 nähere das mache ich mal ganz kurz gehe also hier in die antag interaktive auslegung gehe mal auf die fünf zentimeter und jetzt sieht man hier dass der entsprechende korrektur faktor hoch gesetzt wird in dem fall habe ich jetzt eine komplette überleistung aber das war auch nur zum zeigen wenn ich die verlege abstände sehr dicht beieinander rutsche dann entspricht diese mittlere temperatur auch der tatsächlichen temperatur in diesem system aufbau und ich komme dann für diesen korrektur faktor sehr dicht dran will ich natürlich nicht deshalb gehe ich her gehe wieder auf meine 40 grad und jetzt kann man sich einfach herantasten ich versuche es jetzt mal hier mit 22 grad das ist es noch nicht ganz 23 grad 22,5 und dann bin ich auf einem korrektur faktor von 1,00 diese 22,5 grad celsius sind die mittlere temperatur die sich in diesem fußboden aufbau einstellen beziehungsweise das ist ja dann man sieht das hier dann noch mal das ist ja die temperatur die sich um ungefähr hier dann entsprechend einstellt weil sich eben das hier dann durchmittelt ich habe hier noch eine isolierung drin und dann habe ich eben eine mittlere temperatur die sich hier einstellen wird in den datensätzen haben wir dafür korrektur faktoren und dergleichen mehr von 22,5 wenn ich diese 22,5 als angrenzende temperatur ansätze dann sieht man hier unten dass die nova keine korrektur des massenstroms mehr vornehmen muss und wenn sie jetzt darauf achten hier ist ein massenstrom 22,7 und ich habe hier ein massenstrom errechnet von 22,8 also das sind jetzt ungenauigkeiten die aus den nachkommastellen erwachsen das ist wirklich nichts wo man sich jetzt noch weitere gedanken machen muss also ganz entscheidend ist hier sie müssen in der nova ich wiederhole das noch mal kurz diese leistung diese korrigierte wärmeleistung nehmen die eben tier mit diesem reduzierten transmissions wärmeverlust nach unten agiert etwas niedriger ist als der eigentliche norm wärmebedarf sie müssen darauf achten dass sie die spreizung vom heizkreis nehmen sie müssen darauf achten dass sie dem heizkreis eine anbindelänge wegnehmen da sei ergänzend auch noch gesagt es könnten auch noch abzugsflächen sein durchlaufende leitungen oder zeichnerisch erfasste anbinde leitung das müssen sie egalisieren da müssen sie zur not auch dann wenn sie es wirklich nachrechnen wollen können sie jetzt keine abzugsflächen dort reinnehmen das kriegen sie kaum noch gerechnet sie müssten also einen neutralen heizkreis auswählen und dann müssen sie entweder die angrenzende temperatur so beeinflussen dass sie hier ein faktor von 1 haben oder man kann sich auch eine fiktive dämmung machen wenn sie eine super gute dämmung da einbringen dann haben sie auch keinen wärmenverlust nach unten meistens einfacher die temperatur so zu verändern dass dieser faktor sich auf null einpendelt und dann und nur dann können sie wirklich hier den massenstrom beurteilen gleiches ist wenn sie den massenstrom eines ganzen verteilers korrigieren oder kontrollieren wollen da müssen sie dann in den sauren apfel beißen und müssen die einzelnen heizkreise hier prüfen und nachrechnen und deren echten massenstrom hier entsprechend sich anzeigen und ausrechnen lassen indem sie am besten eben hier diese korrektur machen ja ich hoffe dass dieses thema kontrolle nachrechnen fußbodenheizung damit etwas klarer geworden ist ja und bedanke mich einfach für ihre aufmerksamkeit dankeschön für mehr informationen zu unseren produkten oder um eine präsentation zu organisieren besuchen sie uns auf mep.trimpel.com oder finden sie den am besten für sie passenden link in der video beschreibung ja